weiter geht es herzlich willkommen weitere folge nordfriedische marsch gar nicht wahr sondern wir sind weiter bei unserem lieblingsspiel shichibus manager und kämpfen uns dadurch unsere durch unsere busse hier mal gespannt auf die neue linie ob die wohl rentabel ist oder nicht wochenende ist immer ein bisschen weiß immer ein bisschen hätte ich gesagt welche linie ist das jetzt sehr geehrte damen und herren der fahrplan für dreimal montag besonnen hat sich kinder bitte berücksichtigen sie ab dies ab morgen mit freundlichen grüßen wir fahrten hauptverkehrs wir fahren öfters mädels öfters für das der mut noch ein bisschen anders montag wird schon wieder wüst montag ist schon wieder scheiße montag fährt natürlich auch wieder mehr kann das trotzdem mal ein bisschen laufen lassen im hintergrund 13 uhr 55 14 uhr 15 14 uhr 20 das problem ist ja ohne mehr busse können wir auch dieses problem nicht ganz beseitigen wahrscheinlich 15 uhr 15 uhr 16 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 uhr 20 haben irgendwas 15 uhr 45 15 50 15 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 16 16 16 16 16 16 17 18 17 17 18 18 19 20 das nur laufen denke ich mal da mache ich mir jetzt nicht so viele gedanken hätte ich gesagt es ist das hat wie gesagt schwierig werden könnte wer halt wir halt dann montag nachmittag dann müssen wir halt noch 246 busse vielleicht haben lange wenn ein bisschen plus kommen sollte das denke ich mir eigentlich kein problem name sein die verspätung von der linie geht mir richtig nervt nur ein bisschen minimal kostet alles für zu viel geld ich hoffe jetzt durch die anpassung der zeit dass wir da ein bisschen was machen konnten das greift aber auch erst ab morgen ja 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 die ganze nachmittags verspätung ist natürlich nervig die ganze zeit die nachmittags darauf geht man einmal zu spät am bei mir meistens zu spät da kann es dann ja nichts mehr machen oder zumindest nicht so in dem umfang nur sagen kannst ja da können wir jetzt richtig mit arbeiten ich habe keine kalorie mehr das ist natürlich so belastend kommt natürlich auch erst morgen früh um neun aber das kein problem machen das morgen früh erst und auch davon ein bisschen was davon brauche ich nur ein davon wenn ein paar haben davon das belerge habe ich noch will ich aber auch welche haben tanken reinigen kann ja schon mal bock hier zu arbeiten das natürlich auch schön und nett zu hören ein Okay. wir warten es mal ab vielleicht haben wir noch ein bisschen glück bei bussen endlich will ich die kleinen ungern kaufen wenn mir natürlich nichts anderes übrig bleibt dann werde ich das aber tun aber wenn ich da drum herum komme würde mag das natürlich freuen wir machen zumindest plus an den tagen das ist natürlich nicht schlecht aber kann ich auch ganz schnell nach hinten wieder losgehen 10.000 für so einen samstag ist natürlich jetzt auch nicht schlecht aber ich hoffe jetzt einfach vom teil vom montag noch dass wir da vielleicht noch die ein oder andere investitionen tätigen können diese minus haben den tag aber gestern 11.000 euro abgeschlossen das jetzt nicht so verkehrt haben wir den sonntag dann auch noch mit grün abschließenden können wir uns ja eigentlich schon ganz glücklich schätzen hätte ich gewöhnt fuhlpark und bloß geht wieder vorwärts was ein qual sprung jeden tag hin und her das ist der neue ist da oben musste in so eine ecke sonst siehst du den nachher nicht weil hier oben sitzt sammel und hier unten ab hier irgendwo kommt kommt der titel deswegen passt das sonst ist noch irgend einer unterwegs ist ja 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 dann würde ich sagen gucken uns morgen mal wieder aber sehen wir uns morgen wieder weitere folge citybus bis dann danke tschüss